Den zweiten Teil beginnen wir einmal mit einem Blick auf die Wahl vom 25. Mai 1958 und hier sehen wir zunächst einmal das Ergebnis für die Abgeordnetenversammlung, für die Camera dei Deputati und wir sehen im Grunde ist es fast so wie 1953, was die großen Parteien betrifft, also die kommunistische Partei Italiens gewinnt gerade einmal 0,08% an Stimmen dazu. Die Demokratie Christiana steigert sich um ca. 2% und auch die Sozialistische Partei Italiens, der PSI, steigert sich um etwa 2%. Wir sehen auch, also die Demokratie Christiana verfehlt eine absolute Mehrheit und damit ist sie auf Koalitionspartner angewiesen und das ist jetzt die wichtige Frage, die sich natürlich stellt, welche Koalitionspartner will denn die Demokratie Christiana haben? Und 1958 werden ja noch die kommunistische und die sozialistische Partei ausgeschlossen und zusammen sind das immerhin etwas mehr als 36% der Stimmen, also knapp 37% der Stimmen und insgesamt 224 Sitze, die man damit außen vor lässt. Mit dem MSI genauso wie mit den Parteien PMP und PNM wollte man ja auch nicht koalieren, PMP und PNM sind Parteien, die die Monarchie haben wollen und der MSI ist die faschistische Neugründung, eine faschistische Partei mit denen wollte man auch nicht koalieren. Also war schon der Spielraum für die Demokratie Christiana nicht allzu groß und wir werden gleich sehen, dass eben auf der Suche nach neuen Koalitionspartnern die Demokratie Christiana sich nicht einig war zunächst einmal. Und wenn wir jetzt nochmal kurz auf den Senat schauen, da sieht es für die Demokratie Christiana nicht so schlecht aus. Mit 123 Sitzen hat man genau die Hälfte der 246 Sitze, die man braucht für eine Mehrheit und so brauchte man nur einen einzigen Senator noch dazu, um eine eigene Mehrheit zu haben. Gut, schauen wir uns jetzt also an, wie es zur Apertura Assinistra gekommen ist und wir beginnen mit dem Sommer 1958 nach dieser Wahl und wir beginnen mit Amintore Fanfani, der im Sommer 1958 eine Regierung bilden möchte mit der Sozialistischen Partei Italiens. Amintore Fanfani war selbst Teil des linken Flügels der Demokratie Christiana, insofern war er einer von denen in der Demokratie Christiana, die zumindest dem PSI nicht abgeneigt gewesen sind. Und sein Antrieb war vor allen Dingen das Wirtschaftswunder in Italien, das abgesichert werden sollte, eben sozial abgesichert werden sollte durch Sozialleistungen und eben auch dadurch, dass der Staat an den richtigen Stellen investieren sollte, um diesen Boom noch weiter voranzubringen. Und deswegen wollte man den PSI dazunehmen und Ziel war damit auch eine Stärkung der Demokratie. Das Problem waren allerdings die weiteren Parteimitglieder der Demokratie Christiana und auch innerhalb des PSI war es nicht so, dass so eine Koalition unumstritten war. Insgesamt scheitert dieser Koalitionsplan an den, man könnte sagen, Hardlinern in beiden Parteien. Es gab auch viele Ressentiments und diese Ressentiments, die lassen sich ja auch relativ einfach erklären. Man muss sich einfach nur mal die Ideologien dieser beiden Parteien anschauen und dann erkennt man ganz schnell, hier galt es mehr als nur gewisse Ansichten zu manchen Punkten zu überwinden. Hier ging es erst einmal darum, gegeneinander Vertrauen aufzubauen. Das heißt, zunächst musste Fanfani eine Regierung ohne PSI bilden und das war eine Regierung zusammen mit den Sozialdemokraten unter Hilfe der Republikanischen Partei, PRI und einigen sonstigen Abgeordneten. Und zusammen hatte man 305 Sitze im Abgeordnetenhaus und 130 im Senat. Und um dem PSI jetzt näher zu kommen, ist ein umfassendes Reformprogramm geplant. Zum Beispiel sollte die Elektrizitätswirtschaft verstaatlicht werden, um diesen Gegensatz zwischen Nord- und Süditalien zu reduzieren und es sollte auch die Industrialisierung des Südens fortgesetzt werden. Das Problem war aber, dass diese Reform nicht umgesetzt worden ist. Und warum war das so? Weil es innerhalb der Demokratie der Christianer umstritten war. Teile der Demokratie der Christianer waren dagegen, Unternehmen, die die Demokratie der Christianer unterstützt haben, waren in Teilen eben dagegen. Und auch die Kirche kritisierte die Reform. Und dann war es eben auch so, dass es viele gab, die in dieser Koalition waren, beziehungsweise in der Fraktion waren der Demokratie der Christianer und einfach nicht zu den Vorschlägen Ja gestimmt haben. Also sie nicht unterstützt haben durch Stimmen und letztendlich bleibt also für Fanfani nichts übrig, als zurückzutreten, denn er hat innerhalb seiner Fraktion eben auch Gegner. Und somit hatten sie dann auch, also hatte diese Koalition keine eigene Mehrheit mehr gehabt. Und jetzt macht das Ganze im Grunde einen Schwenk weg von Amintore Fanfani und dem linken Flügel der Demokratie der Christianer hin zum konservativen Antonio Senghi, der dann Ministerpräsident geworden ist. Und er ist im Grunde eigentlich Regierung, Chef einer Minderheitsregierung gewesen. Er wird allerdings unterstützt von den Liberalen und dann von den beiden monaschistischen Parteien und von den Faschisten. Und so kommt man dann insgesamt auf 343 Sitze und 144 bei den Senatoren, also 343 im Abgeordnetenhaus. Allerdings ist es keine offizielle Koalition, sondern die Demokratie der Christianer hat hier wirklich nur eine Minderheitsregierung und die anderen Parteien, vor allen Dingen also die Monaschisten und die Faschisten unterstützen eben dessen Regierung. Wahrscheinlich auch, weil man eben nicht nochmal Fanfani haben wollte und eine Ausrichtung nach links. So. Aber diese Regierung von Senghi hält nicht so lange. Und so kommt es danach zur Regierung von Fernando Tambroni. Und dieser Fernando Tambroni ist dann tatsächlich durchaus auch ein interessanter Mann. Das werden wir gleich sehen. Zunächst einmal der Reihe nach. Diese Regierung wird am 26. März 1960 gebildet. Die Demokratie der Christianer hat wieder eine Minderheitsregierung und trotzdem sollte Tambroni eine Regierung bilden können, weil die Faschisten die Regierung, diese Minderheitsregierung unterstützt haben. Allerdings treten jetzt aus Protest darüber, dass nur aufgrund dieser faschistischen Stimmen die Mehrheit zustande gekommen ist, treten drei Minister der Demokratie Christianer zurück. Und die Demokratie Christianer, also die Parteiführung der Partei, wollte deswegen Amintore Fanfani erneut zum Ministerpräsidenten machen. Das Problem war allerdings das gleiche wie bei der Regierung Fanfani II. Fanfani bekam nicht genug Zustimmung innerhalb der Fraktionen und er schaffte es also nicht ein Kabinett zu bilden, das eine Mehrheit bekommen konnte oder bekommen hatte. Demzufolge war Fanfani wieder raus und der Staatspräsident, das war Giovanni Gronchi, auch von der Demokratie Christianer, nutzte eben den Moment und setzte erneut auf Tambroni. Und die Demokratie Christianer, die weiterhin dann also keine Alternative hatte, sagte dann, dass das mit Tambroni dann also in Ordnung gehe. Man hatte wie gesagt keine Alternative zu Tambroni gehabt. Tambroni, und das hatte ich eben gesagt, ist deswegen interessant, weil Tambroni selbst in der faschistischen Partei gewesen war. Also während der Herrschaft von Benito Mussolini. Und das ist natürlich dann mit der Zustimmung der Faschisten, also dass man dann mit der Zustimmung der Faschisten eine Regierung gebildet hatte, hatte schon einen etwas Fadenbeigeschmack, einen doppelten Fadenbeigeschmack. Nicht nur, dass man als Demokratie Christianer hier nur aufgrund der Stimmen der Faschisten eine Mehrheit hatte, sondern auch, dass Tambroni einmal selbst Mitglied der faschistischen Partei gewesen ist. Und wenn man dann schaut, was unter Tambroni passiert ist, dann war die Konfusion perfekt gewesen. Die Regierung geht scharf gegen Kommunisten vor und was dann aber vor allen Dingen wichtig ist, Tambroni gestattet es der faschistischen Partei, also dem MSI, den Parteitag in Genua abzuhalten. Und das war eine Provokation, denn Genua war eine der antifaschistischen Hochburgen gewesen. Es war eine Provokation von Seiten der Faschisten. Aber dass Tambroni das auch noch erlaubt hatte, das war dann also auch etwas, das auf die Demokratie Christianer zurückgefallen ist. Und die Reaktion folgte im Grunde prompt. Es kamen zu Aufständen in Genua, in Mailand, in Livorno, in Ferrara, also alles, das sind ja alle Städten, die eben stark antifaschistisch gewesen sind. Livorno und Ferrara, Toskana, Emilia-Romagna sowieso Gebiete, in denen die Kommunisten ihre Hochburgen hatten. Und da kommt es jetzt zum Aufruhr. Unten sehen wir eine Fotografie, oder hier auf dieser Folie sehen wir eine Fotografie aus Genua, die Piazza dei Ferrari, da sieht man also die Aufständischen. Und es ist nicht nur so, dass es zum Aufruhr kommt, in nord- oder mittelitalienischen Städten oder in antifaschistischen Hochburgen, selbst viele Konservative finden nicht gut, was Tambroni hier gemacht hat. Im Süden kommt es zu Streikbewegungen und insgesamt kommt es letztendlich zum Generalstreik. Und die Regierung geht jetzt auch noch hart gegen die Aufständischen vor. Und letztendlich war die Wut nicht mehr nur gegen diese faschistische Partei gerichtet, sondern vor allen Dingen auf die Regierung und auf die Demokratie Christianer. Im Übrigen, also dieser Parteitag wurde währenddessen auch abgesagt von der faschistischen Partei. Trotzdem gingen die Aufstände weiter und diese richteten sich jetzt also eindeutig gegen die Demokratie Christianer und natürlich gegen die Regierung von Tambroni. Und damit hatte er dann endgültig den Rückhalt verloren, auch bei Parteifreunden, beziehungsweise innerhalb der Fraktion. Und so trat er dann am 26. Juli 1960 zurück. Und zurück blieb dann auch die Erkenntnis, eine Apertura Adestra, also eine Regierung mit Hilfe von Faschisten oder auch Monarchisten, das konnte nicht gut gehen. Und das würde der Demokratie Christianer stark schaden. Und deswegen verabschiedete man sich von jeglichen Überlegungen dieser Art. Und jetzt kommt also wieder Amintore Fanfani an den Regierungssitz. Er wird erneut Ministerpräsident, er bildet das Kabinett Fanfani 3. Es ist erneut eine Minderheitsregierung, die allerdings von den Sozialdemokraten und von der Republikanischen Partei unterstützt wird. Und unter Fanfani 3 wird jetzt die Öffnung nach links, die Apertura a Sinistra, vorangetrieben. Und ein erstes Zeichen kam von der Sozialistischen Partei Italiens, die nämlich bei der Vertrauensfrage nicht gegen Fanfani gestimmt hatte, sondern sich einfach enthalten hatte. Das war schon ein besonderes Signal. Also, wie gesagt, die Apertura a Sinistra wird vorangetrieben. Und es gibt jetzt auch einige Befürworter, und vielleicht auch einige, von denen ihr jetzt nicht denkt, dass sie Befürworter einer Öffnung nach links eigentlich sind. Also nicht von Natur aus. Man würde vielleicht denken, der eine oder andere würde das eher ablehnen. Also Gewerkschaften, das ist doch relativ klar. Oder viele Gewerkschaften, die dafür stimmen. Denn sie erhoffen sich eine, ja, also mehr soziale Gerechtigkeit. Das waren jetzt also die nicht-kommunistischen Gewerkschaften, das sollte man dazu sagen. Die sind also für dieses Bündnis. Sie erhoffen sich also, wie gesagt, mehr soziale Gerechtigkeit, zum Beispiel Lohnerhöhungen. Und das erhoffte man sich eben von so einer Mitte-Links-Regierung. Dann gab es aber auch einige Manager von Wirtschaftsunternehmen, die, oder von Unternehmen einfach, die diese Koalition befürwortet haben. Das waren zum Beispiel die Manager von Fiat, Olivetti und Pirelli. Denn Fiat zum Beispiel hing schon stark ab von dieser verstaatlichen Stahlindustrie. Und sie erhofften sich eben durch eine staatlich gelenkte Finanz- und Wirtschaftspolitik, zumindest in Teilen gelenkte Wirtschafts- und Finanzpolitik, eine gewisse Planungssicherheit für die Zukunft und Ruhe in den eigenen Betrieben. Und insofern waren das auch Befürworter einer Apertura Sinistra. Genauso auch John F. Kennedy, der US-Präsident, der diese Koalition sogar für nötig hält, weil er in Italien noch klare Rückschritte sieht, also gewisse Entwicklungen, die noch nicht so weit sind, wie sie eigentlich sein sollten, für ein so weit entwickeltes Land wie Italien. Und für ihn lag die Lösung dieser Probleme tatsächlich darin, dass ein Bündnis mit dem PSI diese auch beseitigen könnte. Und dann gab es den neuen Papst, Papst Johannes der 23., der eben nicht mehr so strikt gegen den PSI war wie sein Vorgänger. Und er sagt generell, dass die Kirche sich doch mehr zurückziehen solle aus dem Staatlichen und mehr dem nachkommen solle, was eigentlich ein sehr wichtiges, vielleicht auch das zentrale Anliegen sein sollte, der Kirche nämlich die Seelsorge. Und zugleich spricht er sich für Dialog und Toleranz aus. Und das war natürlich auch ein Signal hin zur DC-Führung. Und die Demokratie der Christianer war damit auch ein bisschen freier von Einflüssen aus dem Vatikan. Allerdings war es jetzt nicht so, nur weil jetzt die Apertura Sinistra begonnen worden ist und, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, sie sogar auf kommunaler Ebene schon umgesetzt worden ist, zum Beispiel in Mailand oder in Florenz. Da gab es schon Koalitionen aus DC und PSI, die nicht so schlecht verlaufen sind. Aber trotz allem ist es jetzt nicht so, dass Fanfani und Nenni damit schon die Partei überzeugen konnten und es sofort zu einem Bündnis zwischen beiden Parteien gekommen ist. Das Problem war auch, dass man sich sehr misstraut hatte. Der PSI, der ja gerade erst gesehen hatte, dass die Demokratie der Christianer unter Tambroni eine Öffnung nach rechts gewagt hatte oder zumindest angedeutet hatte oder zumindest nicht stark genug gegen die Faschisten vorgegangen ist, da waren also noch Barrieren im Weg. Deswegen kam es noch nicht zu Koalitionsvereinbarungen, aber es gab jetzt eben die Sozialdemokratische Partei und die Republikanische Partei, die diese Apertura Sinistra weiter mitgetragen haben und sogar Impulse gegeben haben. Denn wir hatten das vorhin schon gesehen bei den Wahlergebnissen, die Demokratie der Christianer brauchte Koalitionspartner und viele blieben ja nicht mehr übrig, wenn man mal wegstreicht, wer weggefallen ist. Also die Sozialdemokraten und die Republikaner waren eigentlich fast immer nötig und diese wollten aber auch eine Apertura Sinistra haben und demzufolge konnten sie ihre Koalitionsunterstützung oder das Eingehen von Koalitionen abhängig machen von gewissen Reformen, die eben nach links zielten. Und immerhin am 22. Februar 1962 wird dann auch eine Koalition gebildet aus PSDI, also Sozialdemokraten, PRI, Republikanern und der Demokratie der Christianer. Es ist die Regierung Fanfani IV, also das Ende der Minderheitsregierung der Demokratie der Christianer. Und der PSI ist auch involviert, nicht als Koalitionspartner, aber die Sozialistische Partei ist zumindest beteiligt bei der Kabinettsumbildung. Allerdings will die PSI, also will der PSI zunächst einmal Taten sehen, bevor sie tatsächlich eine Koalition eingehen wollte. Und diese Taten, zumindest erste Taten, kamen ja dann auch bald. Seit 1962, 1963 gab es viele Reformen, durchaus auch wichtige Reformen, die lange auf die lange Bank geschoben worden sind. Zum Beispiel Vorgehen gegen die Mafia, zum Beispiel durch einen Untersuchungsausschuss. Die fast vollständige Aufhebung der Zensur, die Besteuerung von Aktiengewinnen, die, wenn man so will, berufliche Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Das heißt, Frauen durften jetzt alle Berufe ausüben, es gab da keine Einschränkungen mehr. Es wurden die Elektrizitätswerke und damit insgesamt die Elektrizitätswirtschaft verstaatlicht. Das war im November 1962. Einen Monat später gab es eine Schulreform. Die Schaffung einer Hauptschule betraf das und damit die Anhebung der Schulpflicht von 5 auf 8 Jahren. Das wurde alles innerhalb von kurzer Zeit beschlossen. Das Problem war nur, das war ein bisschen zu kurz für Teile der Demokrazia Christiana und auch für Unterstützer der Demokrazia Christiana. Es gab Unternehmen, die sich abgewandt haben von der Partei. Damit gingen Geldquellen verloren. Und 1963 musste man bei den Parlamentswahlen Verluste hinnehmen. Und die schauen wir uns gleich noch an. Das heißt, summa summarum führten diese Reformen jetzt dazu, dass Fanfani zurückgetreten ist. Das war am 21. Juni 1963 der Fall. Und hier schauen wir jetzt also auf dieses Wahlergebnis vom 28. April 1963. Und wir sehen die Demokrazia Christiana von etwas über 42% runter auf etwas über 38%. Das sind immerhin 4% Punkte, die etwa verloren gegangen sind. Der PCI erreicht 25,26% der Stimmen. Und das ist ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zur Wahl von 1958. Der PSI kommt auf 13,84% der Stimmen. Und jetzt schauen wir noch auf die Senatswahl. Und da sehen wir die Demokrazia Christiana liegt dort nur bei 36,47%. Also noch schlechter. Und damit hatte sie also ein deutliches, oder deutlich eingebüßt im Vergleich vor fünf Jahren. Also im Vergleich zu 1958. Nach dieser Wahl und damit auch, wie ich eben schon sagte, das Reformtempo ist zu hoch und Fanfani tritt zurück. Nach diesen Geschehnissen und nach dieser Entwicklung fragte man sich in der Demokrazia Christiana schon, naja, wie ist das nun mit den Koalitionspartnern? Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich? Und am Ende ist es so, dass die Demokrazia Christiana zu dem Schluss kam, ohne Sozialdemokraten, PSDI und Republikanische Partei PRI geht im Grunde nichts. Die Unterstützung von rechts, die man ja zeitweise bekommen hatte, damit auch eine aktive Zuwendung zu den Rechten, die funktionierte nicht. Die war sehr schädlich für die Demokrazia Christiana. Und die wollte man nicht. Die Kommunistische Partei fiel raus. Und die Sozialistische Partei, wenn man diese ausklammern würde, dann hat man einfach wirklich nicht viele Optionen. Also PSDI und PRI waren weiterhin eigentlich die realistischsten Koalitionspartner. Aber der Punkt war, das Reformtempo war zu hoch. Und deswegen wollte die Demokrazia Christiana dieses auch trosseln. Aldo Moro, der dann also im Grunde in den Startlöchern stand, Ministerpräsident zu werden, versuchte dann tatsächlich die Koalition mit dem PSI. Aber das Problem war zu diesem Zeitpunkt noch, dass das Zentralkomitee des PSI eine Koalition abgelehnt hatte. Das war eine Niederlage für Pietroneni gewesen, der ja ein Befürworter dieser Koalition von Seiten des PSI gewesen war. So passiert es, dass also Giovanni Leone zunächst einmal Regierungschef geworden ist. Es ist eine Minderheitsregierung der Demokrazia Christiana. Und diese diente tatsächlich nur als Übergang hin zu Aldo Moro und einer Koalition mit dem PSI. Es war also noch ein bisschen Zeit nötig gewesen, um dann auch dieses Zentralkomitee zu überzeugen. Im Oktober 1953 ist es dann soweit, dass Aldo Moro und Pietroneni sich endgültig einig sind, dass man eine Koalition eingehen wolle. Teile der sozialistischen Partei sind, also große Teile sind dafür. Allerdings auch ein Teil, der diesem nicht zustimmt. Und dieser Teil spaltet sich dann von der sozialistischen Partei ab, was aber von Pietroneni in Kauf genommen worden ist. Und somit war der Weg jetzt frei zur ersten Mitte-Links-Regierung. Die Apertura a Sinistra kam zu einem Abschluss. Am 5. Dezember 1963 wurde die Regierung Moro I vereidigt. PSI, PSDI, PRI und DC bildeten die Regierung. Insgesamt kam man auf 390 von 630 Sitzen im Abgeordnetenhaus und 194 von 315 Sitzen im Senat. Und hier zum Abschluss zu diesem Video noch ein Blick auf die Parteizeitung der sozialistischen Partei. Die Zeitung hieß Avanti und da sehen wir also die Hauptschlagzeile. Oder wir können auch erstmal hier oben gucken auf das hier. Da oggi o nuno e più libero. Also auf Deutsch von heute an ist jeder freier. Also hat jeder ein bisschen mehr Freiheit, wenn man so will. Und hier heißt es auch die I laboratori rappresentati nel governo del paese. Die Arbeiter sind repräsentiert oder werden repräsentiert in der Regierung des Landes. Also es wurde sehr positiv aufgenommen. Klar von der Zeitung des PSI ist ja auch irgendwie logisch. Aber das mal so eine Reaktion von Seiten des PSI. Und damit ist jetzt eine Regierung erreicht mit Aldo Moro, die auch mal länger halten sollte. Wie jetzt die Regierungszeit von Aldo Moro zwischen 1963 und 1968 verlaufen ist, das schauen wir uns dann im nächsten Teil dieser Italienreihe an. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zum nächsten Teil, sobald er veröffentlicht sein wird.